Also mein spannendstes Erlebnis oder mein Fall, der mich lange Zeit sehr motiviert und mitgenommen hat, ist ein junger Fahrradfahrer, der letztlich in einen Verkehrsunfall verwickelt war und der sehr, sehr lebensbedrohlich verletzt war in seiner Hauptschlagader, in der Brustschlagader. Und dem konnten wir heutzutage mit einem Verfahren, das sich so in den 90er Jahren entwickelt hat, sehr einfach und schnell helfen. Und wir mussten keinen großen Schnitt machen, sondern im Grunde genommen konnten wir eine Stentprothese in die Aorta einbringen. Und diese Aorten, diese Hauptschlagaderverletzungen behandeln. Und der Patient hat sich innerhalb von, ich glaube, drei Wochen durch die Rehabilitation so gut entwickelt, dass es ihm hinterher wieder gut ging. Ich kann mich gut daran erinnern, wie die ganze Familie quasi weinend da war und sich im Laufe der Nacht große Sorgen gemacht hat. Und den habe ich letztens wieder getroffen, Jahre nachdem das passiert ist. Und er hat mich noch wiedererkannt und mir gedankt damals für diese Notfallbehandlung. Und das hat mich sehr motiviert und sehr berührt, sozusagen zu sehen, dass es ihm immer noch gut geht. Das sind so Dinge, die einem durch den Alltag helfen. Das ist die Zukunft durch den Alltag. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020